Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus Potsdam. Ich bin immer noch in Potsdam und laufe in meine Bahn und erzähle euch gleich mehr nach dem Intro. Wow. Pio, pio, pio. Ich laufe heute wieder schön durch den Park. Ist schön hier. Deswegen mache ich das nochmal, ist ja klar. Gutes Wetter. Es ist zwar nicht warm, es ist auch nicht richtig kalt und deswegen kann man das schön hier durch den Park machen. Es gibt nicht so viele Touris unterwegs. Sehr geil. Ich bin ja auch ein Touri eigentlich. Aber die von meiner Sorte sind heute auch nicht da. Ich zeige gleich nochmal ein paar Gebäude, an denen ich vorbeihusche. Bis gleich. Ich laufe wieder über die gefährliche Brücke. Gestern war ich schon mal da. Nur fünf Personen. Und dann durch das Kuh-Tor. Kennen wir ja schon. Ist ja klar, ne. Das Kuh-Tor ist ja ganz wichtig und ein Muss bei jeder Jogging-Tour durch das Hauss des See. Zum Glück war ich hier. Sonst hätte ich das verpasst. Das ist doch mal ein cooler Weg hier. Mensch, da laufe ich jetzt noch fünfmal hoch und runter und freue mich, weil es so geil aussieht. Echt. Wie geil ist das denn? Im Sommer sind das bestimmt auch hier voller Blüten und so. Das ist voll schön. Im Winter ist es ein bisschen karg, muss man sagen. Ich laufe wieder hoch. Ich habe ja gesagt, fünfmal. Im Winter ist es ein bisschen karg, aber trotzdem nett. Das ist ein Scheiß. Jetzt muss ich echt fünfmal runterlaufen. Ich habe es gesagt und dann mache ich es auch. Scheiße, anstrengend. Macht nichts. Alles gut. Sport tut gut. Runter vom Sofa. Sport machen, sagt man ja. Manche. Und wieder runter. Melde mich gleich. Meine letzte Sporteinheit habe ich ja auch schon beendet mit den Treppenstufen vor Sauss des Seees. Und das mache ich heute zum Abschluss wieder. Wo ist Sauss des Seees? Sieht man das? Sieht man da oben irgendwo, glaube ich. Und jetzt nehme ich die Treppenstufen da hoch und freue mich, dass ich es gepackt habe am Ende. Aber es wird wieder eine harte Nummer. Ja, ich habe es wieder geschafft. Die Touristen gucken alle. Er filmt sich ja selbst, wie die Treppen hochrennt. Wie bescheuert ist das denn? Gleich ist es bescheuert. Guck nicht so doof. Komm. Kann ich mehr laufen? Das habe ich gut eine Stunde hinter mir. Kann ich mehr reden, meine ich natürlich. Gut eine Stunde hinter mir. Und laufe jetzt wieder zurück zu meiner Unterkunft. Und freue mich, dass ich es gepackt habe. Also. Für ihr und Sophie. Bis zum nächsten Board Vlog. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.